Hallo, mein Name ist Morlock Dilemma. Was für eine turbulente Zeit. Gerade für uns selbstständige Künstler war das nicht einfach. Lockdown, Jagdlockdown, Konzertabbrüche und Tourverschiebungen. So auch bei der bereits angekündigten 40 Jahre Morlock Dilemma Konzertreise. Aber im Herbst 2022 ist es soweit. Die Tournee wird stattfinden. Darauf gebe ich mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort. Holt euch jetzt Tickets für einen Abend voller Zauber. Ein Potpourri altbekannter Gassenhauer und Material aus dem neuen Album. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020